Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung zum Gameplay von Home Sweet Home Survive. Ja, wir werden heute sowohl den Killer wie auch den Überlebenden durchspielen. Ich werde euch das Ganze dann mal kurz und knackig sozusagen zusammenfassen, was ihr alles machen könnt als Killer, worauf ihr achten sollt und ja, wie das Ganze so mit dem Survivor läuft, damit ihr mal so ein bisschen Einblick bekommt, wie das ganze Gameplay von diesem Spiel ist. Viel Spaß! Als Killer müssen wir natürlich die Orte, wo Rituale abgehalten werden, schützen, damit die Survivor das nicht machen und alle Survivor müssen wir versuchen zu töten. In diesem Beispiel spielen wir den Prisoner, der hat eine ganz spezielle Fähigkeit. Dazu kommen wir gleich. Erstmal bewegen wir uns mit ASWD vorwärts und können mit E, wenn wir davor stehen, zum Beispiel Türen eintreten. Die Survivor können eine Art Schutz um die Türen, um so Durchgänge legen. Wenn wir dann die rechte Maustaste gedrückt halten, können wir diesen Schutz und den Stun, der darauf folgt, umgehen und einfach hindurchlaufen. Indem wir die Shift-Taste gedrückt halten, also quasi laufen sozusagen, können wir uns unsichtbar machen. In dieser unsichtbaren Form sehen wir allerdings trotzdem die Auren von den Survivoren. Und wir können hier zum Beispiel sehen, dass ein Survivor sich im Schrank versteckt hat, weil da dieses kleine Symbol an der Seite zu sehen war. Wenn ein Survivor durch eine aufgebrochene Tür gekrochen ist, kann man sich dran stellen und diese erst einmal zerstören und dann die Spezialfähigkeit in diesem Fall benutzen vom Prisoner, nämlich das Heranziehen und dann anschließend auch mit E den Execute benutzen. Das war's soweit zum Gameplay des Killers. Jetzt schauen wir uns noch an, wie man den Survivor nutzt. Als Survivor müssen wir verschiedene Schlüsselitems finden, drei vollständige Rituale nach Möglichkeit abgeschlossen haben und durch das Portal entkommen. Mit E können wir Türen öffnen oder auch wieder schließen. Das ist nützlich, wenn wir zum Beispiel verfolgt werden. Wir haben Waffen, dazu komme ich später nochmal kurz, mit denen wir den Killer theoretisch schlagen können. Wir können diese wiederum mit G droppen, also wieder fallen lassen können. Und wenn wir sie einmal fallen gelassen haben, dann können wir die Sachen auch markieren, so dass unsere Teammitglieder das Ganze auf der Karte sehen und wissen, wo sie die Sachen bekommen. Es gibt Items, da steht drauf, dass es Siegel sind. Mit denen könnt ihr Türen und Durchgänge versiegeln, so dass der Gegner, also sprich der Killer, nicht hindurchkommt und sogar einen Augenblick gestunt wird, wenn er versucht, hindurchzukommen. Diese Items können entweder an die Tür geworfen werden oder ihr müsst euch da hinstellen, müsst das Ganze mit der linken Maustaste platzieren und ihr müsst dann nochmal die Taste drücken, damit ihr das Ganze sozusagen einreibt, damit ihr den Zauber wirkt. Das dauert dann ein paar Sekunden und ihr müsst unter anderem noch Skillchecks machen. Ein guter Ort wäre zum Beispiel ein Zimmer, von wo aus ihr dann durch eine Luke oder ähnliches wieder entkommen könnt. Seht ihr einen Schrank, könnt ihr ihn benutzen, um hineinzugehen und euch zu verstecken. Aber Achtung, erstens müsst ihr Skillchecks unter Umständen machen, wenn ihr drin seid und zweitens kriegt der Killer auch etwas davon mit, wenn ihr das Ganze laut zuschlägt und er hört euch auch da drin atmen. Um durch solche Löcher in der Wand entkommen zu können, müsst ihr C kurz gedrückt halten und könnt dann hindurchkriechen. Manchmal findet ihr Spritzen herumlegen. Die könnt ihr dann nehmen und die linke Maustaste benutzen, um sie zu benutzen. Damit könnt ihr euch dann logischerweise heilen, wenn ihr verletzt seid. Es gibt zwei verschiedene Arten von Kisten im Spiel. Einmal diese normalen roten Truhen, die könnt ihr meistens ohne Skillcheck öffnen. Da befinden sich teilweise Waffen drin, mit denen ihr dann kämpfen könnt, sobald der Killer da ist und euch verteidigen könnt. Oder ihr könnt auch andere nützliche Dinge finden. Je mehr Rituale bereits durchgeführt wurden, umso größer ist der Schaden, den der Killer erleidet, wenn ihr zurückschlagt. Ein Ritual besteht aus drei verschiedenen Schritten. Wenn ihr erst einmal eine Ritualstätte gefunden habt, müsst ihr kurz hingehen und schauen, was ihr als erstes benötigt. Dieses Item muss definitiv als erstes gefunden werden und dann auch dementsprechend zur Opferstelle gebracht werden. Damit kommen wir dann zu den zweiten Arten von Kisten. Und zwar sehen die so aus. Da müsst ihr immer Skillchecks richtig treffen und ihr findet auch in diesen Kisten immer Ritualgegenstände, die ihr dringend benötigt, um alle drei Stufen hinter euch zu bringen. Habt ihr einen Ritualgegenstand gefunden, solltet ihr schnellstmöglich zu einer Ritualstelle zurückkehren, wo sie benötigt wird. Das Ganze dauert ein wenig, da läuft unten dieser Balken ab, wie ihr seht. Und in der Regel geht es aber eigentlich relativ schnell. Stirbt ein Spieler, hinterlässt er so eine glühende Seele. Die müssen dann zu diesen kleinen Buddha-artigen Wesen hingebracht werden. Dort müsst ihr dann kurz verharren und dann wird der Spieler wieder belebt. Öffnet ein Mitspieler eine Ritualkiste, dann werdet ihr benachrichtigt, indem ihr dieses Symbol erhaltet und sehen könnt, wo er etwas gefunden hat und für euch hinterlassen habt. Beziehungsweise ihr müsst dann diese Kiste selber ebenfalls nochmal öffnen und könnt dann den Ritualgegenstand mitnehmen. Mit diesen macht ihr euch dann natürlich wieder zur Ritualstelle auf. Ihr könnt dort dann auch nochmal an die anderen Mitspieler die Koordinaten weitersenden, sozusagen. Die sehen das dann in ihrer Karte und ihr könnt euch zusammentun. Bis zu drei Spieler, wie man hier sehen kann, können dann einen Schrein beten, damit das Ganze beschleunigt wird. Ihr müsst allerdings zwischendurch immer wieder diese Quick-Time-Events machen, also diese Skill-Checks, nicht Quick-Times. Und es dauert unheimlich lange, bis das Ganze erstmal durch ist. Wie ihr gerade sehen konntet, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann geht dieser Fortschritt ein klein wenig wieder zurück. Den Fehler hatten wir leider anfangs häufig, weil wir nur Fehler gemacht haben und dementsprechend kamen wir nicht so richtig in die Gänge mit dem Beten. Aber ich kann euch auf jeden Fall versichern, es dauert zwar unheimlich lange, bis man das Ganze durch hat und bis man das Ganze auch ein bisschen gelernt hat. Achtet drauf, dass ihr nicht zu schnell klickt, sondern dass ihr dem Gehirn noch einen kleinen Augenblick Zeit gebt, um das Ganze dann an eure Hand weiterzuleiten, welchen Buchstaben ihr drücken müsst. Und dann sollte es eigentlich recht schnell funktionieren mit den Skill-Checks. Habt ihr es geschafft, alle Rituale zu durchzuführen, dann werden solche Portale spawnen. Das Problem ist, pro Portal kann nur ein Survivor entkommen. Das heißt, wenn das einzige Portal, was dort ist, schon gebraucht wurde, dann müsst ihr erstmal eine Weile vor dem Killer weglaufen. Ihr habt noch die Möglichkeit, den Killer umzubringen. Wenn euch das gelingt, dann habt ihr ebenfalls gewonnen. Oder, wie man oben links sehen kann, ihr wartet die Zeit ab, bis ein neues Portal spawnt. Ist ein neues Portal gespawnt, könnt ihr es benutzen. Es dauert allerdings eine Weile, bis ihr die Türe dazu aufgerissen habt. Dann müsst ihr das Ganze auch mit E verlassen. So, das war es dann auch schon. Ich hoffe, dass euch das Ganze einen kleinen Einblick geben konnte, wieso das Gameplay in diesem Spiel ist. Und, ja, dass das vielleicht auch eine kleine Hilfe ist, wenn ihr vielleicht das Tutorial nicht gefunden habt oder das Tutorial nicht gemacht habt. Das Spiel selber spielt und, ja, ein wenig verzweifelt seid, was ihr eigentlich alles machen könnt. Vielleicht war das ein oder andere dabei, was ihr noch nicht herausgefunden habt. Mir jedenfalls hat das Tutorial sehr geholfen und, ja, ich hoffe euch auch. Ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge sehen. Übrigens, es wird auch mindestens noch eine Folge die kommenden Tage hochgeladen werden, wo ihr dann sehen könnt, wie bei uns wirklich die Anfänge waren. Ich war nämlich mit Episode 1LP und mit QBKD unterwegs und wir haben in den ersten Runden leicht verzweifelt, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten. Aber irgendwie war es doch ganz lustig. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao.